Willkommen in der Welt der Frische. Entdecken Sie mit der neuen Bausch & Lomp Ultra den neuen Maßstab der Frische. Für ultra frische Augen, egal wie lange Ihr Tag dauert, erleben Sie jetzt den ultimativen Feuchtigkeitsspeicher der Bausch & Lomp Ultra. In einer innovativen Zwei-Phasen-Herstellung entsteht eine einzigartige Kombination kurzer und langer Silikone, die eine hohe Sauerstoffversorgung Ihrer Augen ermöglichen. Der Feuchtigkeitsbinder Polyvinyl Pyrolidon ummantelt und durchdringt die Silikonmatrix und sorgt für besonders langanhaltende Feuchtigkeit am Auge. Bis zu viermal mehr aktive Feuchtigkeitsbinder schenken Ihnen so ein ultimatives Frischegefühl von morgens bis abends. Sie genießen volle Flexibilität durch eine hohe Linsen-Elastizität und Sauerstoffdurchlässigkeit. Der ultradünne Rand sorgt für ein angenehmes Tragegefühl auch beim digitalen Arbeiten und Surfen. Und die asphärische Linsenoberfläche und die sehr hohe Feuchtigkeitsbindung garantieren auch im Dunkeln klare, scharfe Sicht. Worauf warten Sie? Erleben Sie jetzt den ultimativen Feuchtigkeitsspeicher. Bausch & Lomp Ultra – eine Linse für alle, die mehr erwarten.